Hallo, in diesem Video möchten wir euch den Beketal Kakaowärmer vorstellen. Der Kakaowärmer von Beketal bietet die Möglichkeit auf einfache Art und Weise Kakao oder Trinkschokolade, Milch, Glühwein oder Eierpunsch, weitere Getränke oder aber auch leichte Soßen und Suppen in die gewünschte Verzehrtemperatur zu bringen, zu halten und anzubieten. Durch den integrierten Rührmechanismus mittels des Mischpaddels bleiben die Flüssigkeiten geschmeidig und homogen, setzen nicht an und sind dauerhaft einsatzbereit. Das leichte Gewicht, die Standsicherheit durch die Saugflüße und die einfache Handhabung mit dem Zapfhahn sorgen dafür, dass sich der Beketal Kakaowärmer für vielfältige Einsatzmöglichkeiten anbietet. Der Beketal Kakaowärmer ist für die Selbstbedienung am Buffet ebenso geeignet wie für das Arbeiten im mobilen Verkaufswagen, Foodtrucks, in der Profiküche oder auch der Backstube. Das Thermostat ermöglicht die stufenlose Einstellung der Temperatur von 0 bis 90 Grad. Mit dem einfach zu öffnenden Deckel, der zur Vermeidung von Kondenswasserbildung mit Abluftlöchern ausgestattet ist, kann der Kakaowärmer auch im laufenden Betrieb einfach nachgefüllt werden. Für die reibungslose Funktion des Beketal Kakaowärmers muss vor in Betriebnahme das Sicherheitsthermostat, das sich unter dem Gerät befindet, in die Maximalposition gestellt werden. Der Kakaowärmer bringt die Flüssigkeiten rasch in die gewünschte Temperatur. Die integrierte Tassenablage mit Abtropschale sorgt dafür, dass die Standfläche hygienisch sauber bleibt und kann zur Reinigung einfach entnommen werden. quienまあ sehr扶刚art sagt vier que seine permiten! Hallo, Kick 5. Hal logar hamkt durch. Bis zum nächsten Mal.